Hi! Heute erkläre ich dir, wie du mit nur zehn Fingern bis über 1000 zählen kannst. Dazu muss ich allerdings ein bisschen ausholen und zwar gehen wir einmal zurück in deine Grundschulzeit, so etwa zweite Klasse. Da hast du gelernt, dass es diese Einerstellen gibt in unserem Zahlensystem und dass es Zehnerstangen gibt und da waren dann zehn von diesen Einerklötzchen übereinander gestapelt und dann ging es weiter mit einer Hunderterplatte und in dieser Hunderterplatte waren zehn Zehnerstangen versteckt oder eben 100 einzelne Würfel drin und in der vierten Klasse ging es dann noch ein bisschen weiter bis in die Tausender und die Tausender waren dann wieder so ein Würfel aus zehn Hunderterplatten hintereinander. Und später hat sich die Darstellung vielleicht ein bisschen vereinfacht und das Ganze sah so aus. Die Einer waren ein Punkt, die Zehner waren ein Strich oder immer noch diese Stange, die Hunderter waren einfach ein Quadrat und die Tausender waren dieser Würfel. Und dann hast du Aufgaben bekommen, wo du Zahlen in diese Spalten eingetragen hast, wo Einer, Zehner, Hunderter und Tausender abgebildet waren. Und dann hast du angefangen zu rechnen. Acht Tausender plus drei Hunderter plus sieben Zehner plus vier Einer. Das waren dann also acht mal tausend plus drei mal hundert plus sieben mal zehn plus vier mal eins. Und dann konnte man das ausrechnen. Punkt vor Strich. Acht mal tausend gibt acht tausend. Drei mal hundert gibt dreihundert. Sieben mal zehn gibt siebzig. Vier mal eins gibt vier. Und dann hat man das Ganze zusammengerechnet. Acht tausend plus drei hundert plus siebzig plus vier. Und es kam raus acht tausend dreihundert vier und siebzig. Und irgendwie war das genau die Zahl, die oben auch schon da stand. Und da gehe ich mal davon aus, dass du deinen Lehrer dafür hättest töten können. Er hat dir nämlich einen ganzen Haufen Arbeit gemacht, nur damit du das alles ausrechnest, damit am Ende die gleiche Zahl wieder rauskommt, die am Anfang ja schon da stand. Und heute erkläre ich dir, warum das Ganze aus der Grundschule so wichtig ist. Und wir lernen nämlich neue Zahlensysteme kennen. Und in diesen neuen Zahlensystemen da verläuft diese Rechnung etwas anders. Und das schauen wir uns an. Wir haben hier immer noch Einer, Zehner, Hunderter und Tausender. Man kommt von den Einern zu den Zehnern, indem man das mal zehn nimmt. Man kommt von den Zehnern zu den Hundertern, indem man das mal zehn nimmt. Man kommt von den Hundertern zu den Tausendern, indem man das mal zehn nimmt. Aber warum eigentlich mal zehn? Und wenn du dir mal deine Hände anschaust, dann haben diese Hände zehn Finger. Und das dürfte der Hauptgrund sein, warum das hier in Zehner Schritten nach oben geht. Und jetzt gibt es Leute, die nennen sich Mathematiker. Und diese Mathematiker, die haben so ein krasses Gehirn und die kommen manchmal auf lustige Ideen. Und eine Idee wäre, was würde passieren, wenn wir alle nur mit acht Fingern geboren werden? Also zum Beispiel hätten wir keine Daumen mehr. Dann hätten wir gar nicht mehr die Ziffern von 0 bis 9, sondern wir würden auch zwei Ziffern verlieren, weil wir gar nicht mehr bis 10 zählen können, sondern wir hätten nur noch die Ziffern 0 bis 7. Und die 8 und die 9 fällt also auch weg. Wie rechnen solche Leute dann? Und dazu müssen wir dann unsere Einer, Zehner, Hunderter und Tausender anpassen, wenn wir nur noch acht Finger haben. Dann werden aus den Zehnern weniger. Es sind nur noch acht Würfelchen da. Die Hunderter, die verändern sich auch. Es sind jetzt nur noch acht Achterstangen da. Und die Tausender, die verändern sich auch. Jetzt sind nur noch 8 mal Achterplatten da. Die Einer sind immer noch 1 wert. Die nächste Stange, die heißt jetzt nicht mehr Z wie Zehner, sondern A wie Achter, weil wir nur noch acht Finger haben. Ja, wir nehmen mal 8. Unsere Platte ist keine Hunderterplatte mehr, sondern das ist jetzt eine 64er Platte. Wir nehmen wieder 8 mal 8 64. Also kriegt die nicht mehr H wie 100, sondern nur noch V wie 64. Und unser Tausender Würfel, der hat sich auch verändert. Das wird jetzt ein 512er Würfel, weil 64 mal 8 512 sind. Wie sieht dann eine Zahl aus, wenn man das im Beispiel durchrechnet? Und da müssen wir leider unser Beispiel anpassen. Vorher habe ich die Zahl 8 374 genommen. Die kann ich jetzt nicht mehr nehmen, weil es die Ziffer 8 und Ziffer 9 nicht mehr gibt. Also die muss ich wegstreichen und mir ein neues Beispiel ausdenken. Wir nehmen mal die Zahl 6 2 5 3. Ich sage jetzt absichtlich nicht 6253, weil es sind ja keine Tausender mehr. 6.000 kann ich nicht mehr sagen. Ich kann höchstens sagen 6 512 2 64 5 8 3. Hört sich komisch an für uns. Also wie sieht es aus? 6 512 plus 2 64 plus 5 8 plus 3 1. Was bedeutet das? 6 mal 512 plus 2 mal 64 plus 5 mal 8 plus 3 mal 1. Das gibt 3072 plus 128 plus 40 plus 3. Und dann kommt 3243 raus. Und jetzt kann ich tatsächlich wieder 1000 und 100 sagen, weil diese Zahl jetzt ins 10er System umgerechnet wurde. Und das ist eben ungleich dieser Zahl, wie sie am Anfang da stand. 6 2 5 3. Jetzt kommt was anderes raus, weil wir mit einem anderen Zahlensystem angefangen haben. Und da kann man durcheinander kommen mit den ganzen Zahlen und in welchem Zahlensystem welche Zahl sich jetzt befindet. Und da gibt es eine Regel. Man schreibt die Zahl zuerst und hinten dran in klein, ein bisschen versetzt nach unten, also tief gestellt sagt man dazu, das Zahlensystem. Also die Zahl 6 2 5 3 im 8er System entspricht 3 1243 im 10er System. Und im 10er System dürft ihr mit 1000 und 100 dürft ihr die Zahl so aussprechen. Aber Mathematiker sind noch verrückter. Die denken sich, was wäre denn das einfachste Zahlensystem? Und dann haben sie einfach sich Leute ausgedacht, die nur mit zwei Fingern geboren werden. Wie sieht das dort aus, dass wir nur noch zwei unterschiedliche Ziffern haben, nämlich die Ziffer 0 und die Ziffer 1. Alle anderen Ziffern sind gibt es dann nicht mehr. Wir hätten also nur noch die 1er, dann hätten wir eine Stange, die wäre nur noch 2 hoch, also eine 2er Stange. Wir hätten eine 4er Platte und einen 8er Würfel. Und das ist doch echt schnucklig, oder? Gar nicht so diese riesigen Brocken mit Hunderten und Tausendern und so, sondern ganz schnucklige kleine Würfel, ganz übersichtlich. Also wir hätten 1er, so wie bisher, dann hätten wir 2er mal 2, weil wir nur zwei Finger haben. Dann wieder mal 2 kommen wir zu 4ern und mal 2 haben wir 8er Würfel. Und jetzt kann ich mein Beispiel mit der Zahl 6, 2, 5, 3 wieder nicht verwenden, weil wir aus unserem Zahlensystem die Ziffern 2, 3, 4, 5, 6 und 7 auch noch weggestrichen haben. Ich muss also mein Beispiel nochmal neu aufbauen. Ich kann also hier eine Zahl aufbauen, die heißt 1, 0, 1, 1. Und da rechnen wir gerade mal durch, was diese Zahl aus dem 2er System, was die im 10er System ergibt. Wir rechnen dann also 1, 8er plus 0, 4er plus 1, 2er plus 1, 1er. Also 1 mal 8 plus 0 mal 4 plus 1 mal 2 plus 1 mal 1. Und ihr merkt schon, die Rechenaufgaben werden ganz schön einfach, oder? Das sind doch jetzt einfache Rechenaufgaben. Das gibt 8 plus 0 plus 2 plus 1. Das wären also 11. Und damit auch wieder ungleich 1, 0, 1, 1, wie es am Anfang dastand. Wir können also schreiben, die Zahl 1, 0, 1, 1 im 2er System entspricht der Zahl 11 im 10er System. Ja, und diese Einsen und Nullen, das ist eine Welt für sich. Das ist nämlich die Welt der Digitaltechnik. Und bei der Digitaltechnik gibt es nur Nullen und Einsen. Das habt ihr vielleicht schon mal gehört. Und diese Null und diese Eins, die entspricht jetzt unterschiedlichen Sachen. Zum Beispiel kann sie einem Schalter entsprechen, wo der Schalter entweder ausgeschaltet oder eingeschaltet ist. Null für ausgeschaltet, Eins für eingeschaltet. Oder einer Glühbirne. Wenn die Glühbirne ausgeschaltet ist, leuchtet sie nicht, dann ist sie dunkel. Wenn die Glühbirne angeschaltet ist, dann leuchtet sie. Oder einer Spannung. Wenn keine Spannung da ist, haben wir 0 Volt. Wenn eine Spannung da ist, haben wir zum Beispiel 5 Volt oder 12 Volt. Oder wenn Strom fließt, dann hätten wir eine Eins. Wenn kein Strom fließt, hätten wir eine Null. Das ist immer diese Welt, die sich Digitalwelt nennt. Alles, was ihr so kennt, Computer, Dinge, die rechnen, Taschenrechner, Prozessoren, Mikrocontroller, RAM, Festplatten, die funktionieren alle auf diesem Prinzip, dass es nur Nullen und Einsen gibt. Wie nennt man jetzt diese Zahlensysteme? Wenn ihr alle 10 Ziffern habt, also 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 und 9, das sind die 10 unterschiedlichen Ziffern, dann seid ihr im Dezimalsystem. Wenn ihr nur noch 8 Ziffern habt, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 und 7, dann seid ihr im Oktalsystem. Und wenn ihr das Ganze reduziert habt auf nur noch 2 Ziffern, nämlich die 0 und die 1, dann seid ihr im Dualsystem oder häufiger Binärsystem. Und jetzt zeige ich euch noch den Trick, wie ihr mit nur 10 Fingern bis über 1000 rechnen könnt. Also wir nehmen unsere 10 Finger und fangen an mit der Zahl 1 für einen Finger. Ich fange jetzt hier auf der rechten Seite an und dann verdoppelt ihr für jeden Finger die Zahl. Also für den nächsten Finger nehmen wir 2, dann 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256 und 512. Und das ist jetzt die Wertigkeit von euren Fingern. Und ihr könnt die Finger ja bewegen und ihr könnt den Finger wegknicken oder ihr könnt ihn da lassen. Und Finger, die weggeknickt sind, die zählen nicht und Finger, die da gelassen werden, die zählen. Nehmen wir mal ein Beispiel. Wir knicken drei Finger weg und dann bleiben andere Finger noch übrig, nämlich der Finger für 1, für 4, für 8, für 32, 64, 256 und 512. Die bleiben da. Und dann können wir ausrechnen, die Zahl 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1 im Zweiersystem. Die ist dann gleich 512 plus 256 plus 64 plus 32 plus 8 plus 4 plus 1, also 877 im Zehnersystem. Und jetzt habe ich gesagt, damit kann man bis über 1000 rechnen und das ist eine Aufgabe für dich. Rechne mal aus, was die höchste Zahl ist, die man mit 10 Fingern hier noch darstellen kann. Und schreib es mir in die Kommentare. Ich hoffe, diese Serie hat dir ein bisschen was gebracht. Du weißt jetzt, wie man in unterschiedlichen Zahlensystemen rechnet. Bis zum nächsten Mal. Ciao.